Okay, ich hab's, glaube ich. Es gibt nicht mehr viele Möglichkeiten, diese Dinger haben offensichtlich nichts damit zu tun. Ich hab die immer nur auszusehen aktiviert und deaktiviert, wenn ich dran vorbeigelaufen bin. Und das hab ich ja legit nicht gecheckt. I'm so stupid. Aber egal. Boom. Aber es zählt wieder nur die Umwandlung der Insel im Endeffekt.